Mein Job ist es, sie an die 90er Jahre zu gewöhnen. Klar, dass ich eine große Wartezeit ist. Kleiner Wartesrutscher. Wie war das? Hören Sie, lassen Sie es einfach raus. Nein, ist schon gut. Alles genau, das soll zusammenarbeiten. Warteze, verdammte Warteze! Wir sollen nicht über die verdammte Warteze sprechen, aber die verdammte Warteze schmeckt mir ins Gesicht! Schneid sie ihn ab, Scherrasschen, machen Leben und Lust drauf! Wartezeit,BS der Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich! Bis zum nächsten Mal. 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 Hör mal unter Aufsicht. Was würdest du als Ex-Krimineller tun? Ich würd mir ein Eis holen. Schokolade! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab' Ich hab' ne Knarre. Ich hab' ne Knarre. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.